Bombe. Ich glaube, wir können auch. Es gibt solche Witze, wo man immer sagt so, Mama, wolltest du eigentlich, jung oder Mädchen, ich wollte mir eigentlich nur die Schuhe zu machen. So fängt das an. Aber es gab auch mal, dass ein Mann über die Pferderennung geht, hat das so ein bisschen erzählt und sagt, letztes Mal über Pferden, wollte mir einen Schuh zu machen, hat mir einer einen Sattel am Rücken getan. Aber es passiert eigentlich, ich wurde dritter. Ich mag ja wirklich so Knaller wie, die Tür öffnet Manuel, danke Manuel. Ich bin wieder dabei, beim alten Programm mal, wie ich besoffene Menschen loswerde, indem ich mit denen so dermaßen undeutlich spreche, dass sie im Gespräch nicht folgen können und ich lasse mich in Ruhe. Aber letztes Mal habe ich gesehen, da geht auch mit nüchtern. Wir haben ein Dartgerät angeliefert, mussten noch für einen Bürgersteig parken, kam eine Politesse und sagte so, da passt kein Kinderwagen zwischen. Und ich sagte zu ihr, hören Sie mal, das sind fünf Minuten, dann haben wir gesagt, ich kaufe nicht mehr als Kinderwagen. Und sie sagte so, hm? Ich sagte, nein, wirklich, wir machen auch kein. Und ich sagte, ja, aber wir haben auch von nichts. Das ist ja mir egal. Man sagt, ne? Sagt sie, ja, wenn ich mich darauf verlassen kann. Und zwar zwei Eskimos kommen von der Jagd zurück. Sie sagt, deine, wo ist denn dein Iglu? Scheiße, ich habe da Bügeleisen angelassen. Ich habe da Bügeleisen angelassen. In dem Haus habe ich auch eine neue Frau kennengelernt und die ist eingezogen und ihr Hund, die hat mich genervt. Die ganze Zeit die Bellerei, ne? Und ich schäber ihr an. Hat sie aufgemacht, hat so eine Art Keuchhusten, also kein Hund. Und, äh, aber haben wir uns gut verstanden und dann haben wir so einen DVD-Abend gemacht und sie sagte so, ah, die steht so auf Filme, wo man zum Schluss ein Taschentuch braucht. Und ich so, geil, die steht auf Pornos. Und zwar, eine Frau kommt in ein Zoofachgeschäft und sagt zum Zoofachgeschäftsverkäufer, hallo, Zoofachgeschäftsverkäufer, ich möchte, wisst ihr, meine beiden Töchter, die sind jetzt so alt, die haben beide jetzt einen Job, die kommen ja spät nach Hause, mein Mann, der kommt noch später nach Hause. Ich brauche ein Tier, mit dem ich mich unterhalten kann. Ja, wir hätten einen Papagei, aber ich muss dazu sagen, den haben wir aus dem Puff. Also, da hat man die Sprüche drauf, da sollte man vielleicht drüber weggehören. Was kostet der denn? Der kostet 30 Euro. Dafür nehme ich den mit. Nehmt ihn mit nach Hause, macht das Verdeck hoch, Papagei sitzt auf der Stange und sagt so, neuer Puff, neue Puffmutter. Immer kommen die beiden Töchter nach Hause, der Papagei, neuer Puff, neue Puffmutter, neue Nutten. Irgendwann kommt der Mann nach Hause, hallo Jürgen. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.